Das ist kaputt. Zwei. Zwei. Zwei, Alter. Sehr gutes Comeback von Like heute. Ja, Alter. Junge, generell. Er hat Winner's Round 1 verloren. Und hat sich einfach komplett durchgebissen. Oh, der. Und dann in einer 2-3-Fashion rausgegangen. Also, sehr, sehr respectable. Zwei, drei Last-Hit-Last-Doch. Das auch. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Du musst das machen, ja. Ja, Dicke, geil, ey. Geil. Ja, die Eier kommen irgendwann raus, Mann. Ja, aber Watchmen war dann ein Perk, halt so, wenn man nicht mehr, wenn man nicht die ganze Zeit spielt, und ich weiß, was ich dann mache. Ja. 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 Und dann hat er noch Disjoints auf eurem Händen. Ja, ich auch, also wann auch immer du gehen willst, ich bin am Start. Ja. Ja, wollen wir? Ja, ich war auch dabei. Okay, Leute, na dann. Wir sind raus. Danke fürs Zuschauen. Ähm, gönnt euch noch dieses spannende Grand-Final-Set. Tschüss. Oh, Gott. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Danke. Ja, danke. Ja, danke. Der Kommand! Ich gehe los für dich! Okay, dann geht's. Nee, warte, warte, das müssen wir in der Top-Triple gehen. Ja, aber halt ab, dann... Der kippt doch alles weg. Der kippt doch alles weg. Juhu-juhu! Ja, bitte. Ja, bitte, dite. Deine Ru 설명t. Das war's. 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 Das war's.